Ihr habt euch beide eingefrostet und ihn abgeschossen. Ja! Och, Sanktum, Sanktum ist... Ah, das ist das, wo man runterschubsen kann. Wirklich? Ja, bin ich mir zu 99% sicher. Letzte Runde! Ding, ding, ding! Ding, ding, ding! Das ist gut, also das trifft sich sogar richtig super, ehrlich gesagt. Weil ich nämlich in meinem anderen Spiel nebenbei noch was tun sollte. Alles klar, alles klar. Also wir machen eine kurze Pause, das tun wir zu Ende. Und dann kannst du in deinem anderen Spiel deine Drachen farmen. Das Spiel mit dem eisernen Stuhl ist übrigens relativ spannend. mittlerweile momentan, also schon, also leichtes Sichtpotenzial, das finde ich ein bisschen gut. Ich denke dran, es gibt nur 8 Staffeln. Ja, nur. Wir sind erst bei Staffel 2. Ach, naja, da. Ach, diese Map meinst du? Ja. Ich spiele nicht gerne Uruza. Ja, wenn es mitscht doch. Mach ich auch. Ich glaube mein Geschütz steht da hinten gar nicht so schlecht. Ich wollte es eigentlich umstellen, aber es wäre wahrscheinlich gut gewesen. Schade, mein Geschütz ist leider zwar speziell stürzt. Was war das mit ihm? Nein! Obwohl es die Äffeln. Die schießen nämlich die ganze Zeit auf mich. Ja, hab's auch schon bemerkt. Was? Die trauen sich aber auch nicht so richtig, oder? Na ja, also am Anfang sah es ja nach Kuscheln aus. Und jetzt sieht es irgendwie nach Kuscheln aus. Aber vielleicht wollen wir jetzt auch nur in Sicherheit liegen. Ich versuche gerade rauszufinden, ob sie einen Plan haben. Haben die nicht. Boah, das sieht nicht so aus. Der Plan ist einfach hier zu sein. Das ist aber auch gemein, was wir machen. G-G-A-G-R. Lustig, lustig. Schade. Schade. Sonstな lassen.